Willkommen zurück zu The Division und zu einem weiteren Samstag Shopping Guide von mir. Und vielleicht stört man es, ich bekomme meine Zähne noch nicht richtig auseinander, denn ich hatte am Mittwoch eine Zahn-OP, hat zwei Stunden gedauert. Und ich bin immer noch ein bisschen mitgenommen, habe noch eine dicke Backe und so weiter und ein bisschen Schmerzen. Aber zum Glück muss ich heute Morgen keine Schmerztablette nehmen, also wird langsam. Und deswegen gibt es auf jeden Fall für euch heute den Shopping Guide. Und ich würde sagen, gehen wir mal gleich hier zu dem Waffenhändler. Aber vorher schauen wir natürlich auf die Map, wo ich bin. Und zwar bin ich hier in Wolfsden und das ist auf der linken Seite, ganz hier oben. Da haben wir das Safehouse. Und was gibt es beim Händler? Wenn wir hier runter scrollen, dann haben wir hier einen Kurzgriff. Und der bietet euch 18% kritische Treffer Schaden, 4,5% Nachladetempo und 2,5% Stabilität. Als nächstes stehen wir hier in Camp Clinton. Und wo ist dieses Camp? Und zwar auf der linken Seite hier an dieser Stelle. Hier haben wir Camp Clinton. Und wenn wir bei einem Spezialausrüstungshändler reinschauen ins Sortiment, dann scrollen wir mal ganz runter. Denn hier gibt es eine Leistungsmod. Und die kann ich jedem empfehlen, der gerne als Tank mit dem Schild spielt, also mit dem D3-Set spielt. Denn hier bekommt ihr 5% ballistischer Schildschadensminderung. Und hier stehen wir gleich nochmal in einem Safehouse. Und zwar hier auf der rechten Seite dieses Mal, The Grindhouse. Da befinden wir uns zur Zeit. Und wenn wir bei der Händlerin reinschauen, dann haben wir hier unten eine laute Mündungsbremse. Und die kann ich auch wiederum empfehlen für all jene, die zum Beispiel gerne mit dem D3-Set spielen. Denn hier bekommt man auf jeden Fall schon mal kritische Trafferschaden. Man bekommt Kopfschussschaden. Man bekommt 3% kritische Trafferschance. Und 50% gesteigerte Bedrohung. Und die 17% kritische Trafferschaden, die sind jetzt natürlich nicht wahnsinnig hoch. Hier könnte man auch durchaus 18 oder 19% bekommen. Leider ist dem nicht so. Dennoch ist das Ganze eine gute, laute Mündungsbremse. Wenn ihr nichts Besseres habt, dann empfehle ich euch, die hier euch auf jeden Fall zuzulegen. Noch eine Kleinigkeit und zwar heute ist ja Samstag und ich werde heute Abend auf jeden Fall auch streamen. Das heißt also um 20 Uhr auf Twitch geht es los. Ich weiß nicht genau, wie lange ich durchhalte. Schauen wir mal, wie meine Backe das mitmacht. Aber ich werde auf jeden Fall heute Abend für euch da sein. Und jetzt gucken wir mal direkt weiter beim nächsten Händler. Und hier stehen wir jetzt in einer Schleuse zur Dark Zone. Und zwar ist es die Ys 53, also auf der rechten Seite hier oben an dieser Stelle. Da haben wir die Ys 53. Und wenn wir bei der Händlerin ins Sortiment schauen, dann haben wir hier eine Leistungsmod. Und zwar bietet die euch 5% Hilfsposten Heilgeschwindigkeit. Kann ich euch also auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerne mit dem Heiler spielt. Denn da holt ihr noch ein bisschen mehr Heilung aus eurer Box raus. Jetzt befinden wir uns hier in der Dark Zone 8 und zwar im Safe House. Genau hier an dieser Stelle kommt ihr am besten hier von der Schleuse aus hin. Und wenn wir bei dem Händler ins Sortiment schauen, dann haben wir hier eine Brust. Und zwar eine Energischbrust. Die erlaubt allen Heilfertigkeiten eine Überheilung. Und zum anderen haben wir hier nochmal Ausdauer drauf. Dann haben wir nochmal exotische Schadensminderung drauf. Totalwiderstand und Munitionskapazität. Ich persönlich würde natürlich Totalwiderstand wegrollen und würde hier Lebenspunkte draufrollen. Dann habt ihr eine wirklich gute Brust, um hier im PvP euch Überheilung abzuholen. Wenn ihr zum Beispiel in einer Gruppe mit einem Heiler spielt, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Habe ich vor kurzem auch einen Guide zugemacht, wo so eine Brust zum Tragen kommt. Werde ich euch am Ende des Videos auf jeden Fall verlinken. Und auch hier befinden wir uns in einem Safe House in der Dark Zone. Und zwar ist es diesmal die Dark Zone 2, wo wir uns befinden. Genau hier in diesem Safe House. Und wenn wir bei der Händlerin ins Sortiment schauen, dann haben wir hier unten Wildhandschuhe. Und auch die sind wirklich hervorragend, um hier ein Hybridbild oder dergleichen für die Dark Zone zu bauen. Wir haben hier nämlich 7% mehr kritische Trafferchance an Zielen außerhalb der Deckung. Ansonsten haben wir nochmal Ausdauer drauf. Wir haben kritische Trafferchaden drauf. Wir haben kritische Trafferchance. Und den Schrotflintenschaden, den würde ich wegrollen. Hier zum Beispiel MP-Schaden draufrollen oder Sturmgewehrschaden. Je nachdem, mit was ihr gerne spielt. Kann ich euch also sehr empfehlen, diese Handschuhe. Eine ganz großartige Sache. Und damit sind wir auch am Ende des Shopping Guides angekommen. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir rein in die Kommentare. Und jetzt gleich am Ende gibt es den Guide, den ich angesprochen habe. Und dann gibt es natürlich noch ein zweites Video. Und zwar diesmal über Anthem. Das ist ein Spiel, was ich nächstes Jahr wahrscheinlich als Langzeitprojekt neben der Division 2 auf jeden Fall betreuen werde. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Und bis demnächst. Euer Lertan.